Maria durch ein Dornwald ging, Kyrielle Sonn. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in sieben Jahren Laub getragen, Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrielle Sonn? Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrielle Sonn. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria.